Ja, seid herzlich geladen zum großen Harfentag in Loma. Am jetzigen Sonntag, den 24.09. von 15 bis 18 Uhr dreht sich in Loma Birk im Jugendzentrum alles ums Thema Harfe. Die Firma Kammerk kommt mit einer großen Ausstellung, einer großen Auswahl an Harfen. Dort könnt ihr nach Herzenslust probieren, spielen. Außerdem gibt es eine große Notenausstellung von mir, da könnt ihr nochmal stöbern oder gleich an den Hafen ausprobieren. Es gibt kostenlose Minikonzerte, Minischnupperkurse. Es gibt wunderbaren Kaffee und Kuchen, gesponsert durch den Förderverein der Musikschule. Ja, wir laden euch ein, die Kunst- und Musikschule der Stadt Loma und die Firma Kammerkhafen Deutschland. Wir freuen uns auf euch.